hallo freunde willkommen zurück ich sehe all diese wunderschöne juti entdeckt da unten und wir werden versuchen den mal zu sehen hier ist noch besser du bist passiv kannst du für so dich um die wölfe da unten zu kümmern soll ich dir schon mal anschließt das kann ich aber da ist ja noch okay ich bin geführt er interessiert sich noch gar nicht für dich ne aber ich treffe den auch nicht der macht ja so solche tänzchen ja ich bin gleich wieder da so du musst die wölfe angreifen die gebacht sind ich gehe gerade kein wolf mehr also einigst tot noch einer ist tot so freifahrt wer kommt hoch kommt da kommt da wirklich auch ich glaube ja okay der hat mich sowieso ja dieses kletteräffchen du bist ach so ich dachte du wolltest von drunter drauf schießen aber du bist ja wir haben ganze ein dutzend wölfe hier aber wirklich ein dutzend ich habe doch ein dutzend macht da oben oh der ist oben ich bin wieder unterwegs wo kommt er denn nicht hoch ich weiß es nicht ich versuche mal hier noch fünf sekunden ok wo ist er jetzt ach die sind zu zweit jetzt goethe wird der zweite ist 33 ja und der ist schon ziemlich blutig boah oh ok bin weg kommt die hoch ach so du kannst dich sehen ich sehe es nicht fünf sekunden jetzt schnappe ich mir den anderen also scheinbar hoch kommt er nicht der andere ist tot jetzt war mal in den felsen geschossen getroffen kannst du den von da halten ich versuche mal eine andere position es brüllt von hinten dort irgendwas schon wieder gott 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 ich ja von hinten brüllen ich sehe nichts scheiße ich kümmer mich um ihn schießt du weiter ja aber der ist so auf dich hinter scheiße man agi ist tot bist du gefährt ja ich frage mich echt wo kommt er nicht hoch ja die haben gelernt zu klettern wo bist du das hat geschaut der hat geschafft wir haben schon bessere plätzchen gaben ja aber ich treffe ab und zu ja wenn er mal schön halten würde ja wenn er mal schön halten würde der wird zu gerne hier hoch jetzt kommst schon zu mir keine angst ja kommt wirklich scheiße und dann agi ist bestimmt nicht ist passiv soll ich den anfangen ja aber dann macht er tot also dass er dir folgt natürlich ja ich versuche hier meine hau zu retten der ist tot der ist dann agi ist nicht mehr passiv weil der war gefährt wurde stimmt also leute für die ich noch nicht wusste wenn der agi gefährt worden dann ist er nicht mehr passiv sowohl ist eine leiche hier oben unten unten und ich bin abgestürzt und dann ich soll den bett ja bitte wenn du einmal gefährt bist dann ist die passivität aufgehoben ist die passivität aufgehoben so ein schade ja nicht wegen pink aber das level halt das level was brauche ich denn noch hier holz und strom also holz wird nicht reichen fahrsan fahrsan leder stroh ja jeder würde ich wohl in der vogue noch finden bestimmt ich hätte das bitte gerne geboten nimmt an der leiche gewisse zu fortfrieren naja ich bin ja da wo er gestorben ist direkt runter also ich packe mal das bett hier wie schön flach so und das ja sicher das bett leder ist ja gesagt reicht aus inklusive wäsche ja bestimmt als kalt so die zähmung als ich erledigt ach guck mal genau da habe ich gestorben bin dessen bett wie günstig der war günstig ja so hallo 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 hier ist ein vogel ja die musik erstmal anhalten wo ist denn der strahl dahinten auch die könnte die kann ich mal abbeißen kannst du nicht sagen dass sie vorher das ganze gemüse daraus schmeißen muss so und das ist der erste max level überhaupt die wir gesehen haben ja gut wir haben vorher nicht wirklich drauf geguckt ich meine egal was wir gezähmt haben ob es agent da w ist oder 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 ach so wirst du vor allem irgendwie 87 oder so ja ja so ist der voll hast du geschnitzelt weiter suchen weiter suchen und was gesagt ich habe genug schüsse ich will mir nicht mit agi anlegen aber dann jütete niemals überlebt beim boss im pink 81 ja in weiß das nächste versuch grüner du musst mir nur sein foto bist beim grünen noch ein 81 warte mal das ein bisschen mädchen fange ich an damit zu spekulieren erstmal überhaupt eine kriegen da bin ich siehst du die richtung ja 81 dass sie wenigstens mal schon mal ein paar feile weniger ist aber auch eine gegend hier ne ja kannst nirgends wie sie scheinen zahl und der grün ist unter dir ich hätte eigentlich den weißen lieber da ist der grüne der fällt ja auf ja das ist ja auch ein schönes vorsprung zum anschließen ja hier war noch ein weißer den ich nicht mehr sehe der grün der blutet schon wie von was denn ja die wölfe jetzt da kommt der nächsten wolf rudel guck mal wie viele wölfe sie hier krass ich glaube ich habe den weißen gesehen da die tasche ich glaube hier in dem gebiet weiter ich die ist im sturzflug guck mal die tasche dahinter ob es ein jute ist ich sehe es ja die sind ja von hier gekommen juti aber 51 und das waren 81 ja juti 81 moment aber der ist wieder gesund der grüne hier ja moment ich schnappe mal die lunge das ist gut die lunge sind in die tasche drin das sind schon mal zwei lungen für den boss die ganze wölfe das hier so den muss man irgendwie hierhin ziehen ja das ist ja kein ding anschließen und so ob ja kein ding anschließen denkt dran abpfeifen jedes mal ich weiß noch nicht wo ich mich anschließen das ist aber ein kunstschuss der ist schlaf auf dich ja was so wo ich bin nein ich genau doch ich bin bei dir ich habe dich gefunden weil der mag dich ich hier hinsetze da ist eine stahltanne oder keine ahnung der suchst im weg ja der suchst im weg ich würde die so gerne einmauern ne ok ich habe getroffen wo ist er jetzt drunter er kann doch nicht hoch es war für mich so auch der wero der werbe kommen aber hier ist schluss hier kommt er nicht weiter glaube ich doch oder ich habe so ein respekt vor dem und wie kommt ihr nicht weiter wo haben die das klettern gelernt ich bin gefährt wieder ja also der kannte hier die die dürfe nicht das geht das wird mit dem teufel zu gemeint da hochkommt ich weiß nicht wo der ist ach nee du sagst mir nicht da ist er argi echt jetzt ich habe jetzt keine zeit für sowas wieso hast du so einen stress dann ist auch noch so ein pullover drunter ja in die kralle nehmen habe ich nicht getroffen hast du und er ist ja hier drunter aber wie willst du die treffen bei der entfernung ja das frage ich mich auch gerade ja das problem der passt auch durch die durch kleine dinertoren willst du den heranziehen der hat gar kein interesse mehr auf dich und wieder gefährt der bewegt sich auch zu schnell hatten wir einfach nur glück gehabt mit die ab und so oft beauty sons es kommt nicht an mit er in mir das ist so dein glück ja klar hätte steht so so einladen vor mir weiste muss nur einmal treffen da kommt davon allein ich weiß jawohl ja ich habe auch getroffen bleibst du stehen nicht bewegen die kräfte noch gar nicht auf die flucht sein nein stimmt nicht der kommt wieder der hirschkuh hinterherjagt aber schon wieder sind jüdig wie eine dorfzicke hat sich gehalten jetzt ist er runter gesprungen ja das könnte eine sportliche runde sein die werden wir töten der ist ja schon total blutig deswegen ist er auch abgehauen der ist in weiß dazu aufgetaucht 54 na wie sie ist ich weiß nicht ob ich den richtigen dann treffen wenn er erst mehr sterben kann er nicht mehr stimmt du triffst auf jeden fall ja soll ich so bleiben es sieht gut aus dir guckst du guck mich so an ja wir nutzen es aus solange die armbrust ist schon fast durch bei mir und wölfe der nehme ich mich gar nicht mehr wahr der sieht so wie angekalt aus ja deswegen halte ich auch drauf ich stehe so schön wie ich kann ich auch entweder liegt er oder sterbt er der ist ziemlich blutig ich steig auf ich steig auf mein gott so die armbrust ist durch ich habe dann okay der 54 ist tot und der liegt entweder ist er tot oder weiß ich nicht ich sehe das nicht ich bin kommt weg hier der sieht aber nicht gesund aus der sieht nicht gesund aus ne ne der beißt nicht rein mach den agi tot ich will nicht so nah an der pflicht weg jetzt hat er mich okay dann kann er der jute nicht tot sein ne der ist bewusstlos bestimmt mit dem letzten ja du hast vormat ne ich habe alles bei mir deswegen wollte ich ja auch nicht ja ich bin boah leute wir haben ihn du bewachst die gegend ja aber aus der luft der ist viel zu viel drumherum hier wölfe auf die andere seite so ein einziges gelbes kippel ja wenn er aufsteht ist er ja dann wieder fit ja aber ich muss nur gut gehen bis dahin nur noch ein kleines Zifferlchen guck mal in seinem Inventar dann siehst du wie viel da 470 von 3300 naja zwei Schuss hätten noch reingepasst was ist es denn eigentlich ein Mädchen Junge 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 ich habe schon einmal gegessen 20% das war das kippeln nehme ich an nö hat er nicht das lief noch drin das war doch gelbes kippel für die jutsch oder nichts ja gut warum ist er das nicht soll ich das ruhamatten mal rausnehmen ne lass mal ich habe hier ein bisserl eilig weißt du weg zu kommen ist gut ich habe die Bäume umgeschmissen die der hat geklemmt der hat mich völlig ignoriert ich war direkt neben ihm siehst du das hat doch bis jetzt noch immer geklappt effektivität ist aus irgendeinem Grund naja gut die Wölfe ja 78% nur gibt es 31 Level und drauf ja was willst du willst du den anzäunen und nein auf keinen Fall auf keinen Fall ich bin zufrieden das war ja das Wurfsmassaker hier die nächste die nächste da liegt hier Mettersch aus einem Flughafen ja da sind noch 2 3 da sind noch 2 und ziemlich in Reichweite ja da lässt sich Titoi liegen ich habe dich nicht verstanden er hat nochmal gegessen und isst Fleisch kein Kippel wie soll es recht sein wer weiß was du in die Kippel reingetan hast ach das so der kennt dich noch gar nicht er traut mir nicht wenn ich das gekocht habe mädchen tja ja ja müssen wir jetzt nur noch 3 mal essen aushalten und dann ist er safe es wird ein bisschen länger werden heute aber ich glaube hat sich gelohnt nächste Uteam frei ja ja brauchen wir dann nur noch den Mann dazu Mr. Yuki da reicht aber ein Level 5 theoretisch ja du willst also so keinen haben du nimmst doch immer irgendwas anderes ich reiht keine Yuki also da kannst du irgendwas mitnehmen was dir vor die Nase läuft wo man nur 2 mal drauf schießen muss ja das ist eine Schaf äh eine Schaf ja eine Kuh ist das eine Kuh ne da ein Stückchen weiter auch ach so mhm mhm er schaut um die 90er ne mhm noch mal gegessen 61 das habe ich sogar gehört ich freue mir ja wenn es mal endlich mein buntes und nicht mal nicht der auf der letzten Karte war auch ein Traum ne der weiße ich weiß nicht mehr doch der weiß aber frag mal ob ich mir so ein weiß stinknormaler nee ab scotch earth hat mir so stinknormaler ja stimmt das war ein weiß der nicht zu ansatz gekommen ist ne aber der ist über 80 kriegt noch ein paar pünktchen drauf du weißt dass ich nicht ewig in die luft bleiben kann ne sag ihm das mal ihr kannst doch auch hier ich hab's dein setzen neben mir ich hab nur noch 26 Pfeile von ich weiß nicht 120 ja gut diesmal hast du dir zu 90 prozent gezählt ich hab zum schluss ein paar schüsse drauf gemacht wo ich gemerkt habe dass ich ja nur luft war wir haben da garantiert also entweder das haben wir einmal zu viel drauf geschossen oder das war dann der kampf mit den wölfen hähm hm ja der ag ist ein aßfresser der hat den nicht angerührt aber die die wölfe und bestimmt einmal noch was alexa stopp was hat die denn jetzt aktiviert äh ich war ich hab ich hab ihr dann gar nicht gesagt oder sowas ähnliches ich eigentlich auch nicht das sehen wir dann im video hm hm ich wüsste es jetzt nicht das kommt mir nicht so gell ja ja ich geh ein bisschen blick achte ich bin aßfresser und menschen ist der trio in deinem vogel drin nein jemand mehr winter aha aber ich führe mich kurz um so eine flugrichtung wechseln und 81er mhm so packe ich hier rein er dampft beide hab ich so wir ziehen das noch gemeinsam durch diese letzte Sekunde wenn er im klo ist dann ist das safe so ist es dann ab nach hause oh jetzt hab ich eiswürfel ja ich auch fertig weiter das muss das muss noch Zeit haben das muss noch Zeit haben so kannst du eintüten dann Vogel ist auch schon stattbereit so Leute dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal tschau 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 juti